Aufnahmen von 1966. Sie zeigen, wie zentral der Einsatz als Atombomber war. Eine F-104 der Bundeswehr startet bei Lechfeld in Bayern. Aus dem Stand wie ein Marschflugkörper. Damit Starfighter als nukleare Vergeltungswaffe taugen, müssen sie jederzeit starten können. Auch dann, wenn der Gegner in einem Erstschlag Flugplätze zerstört hätte. Mit einer Rakete unter dem Rumpf können die Starfighter von jedem Acker abheben. Das System kommt über die Testphase nicht hinaus. Denn die NATO verabschiedet sich Mitte der 60er Jahre von der Strategie der massiven Vergeltung. Und über der Bundeswehr ziehen völlig andere Probleme auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017